Es ist ein bisschen frischer geworden in Deutschland, seit langem mal wieder mit dünner Jacke hier das Video. Ich grüße euch zu einem Wetter extra. Wir schauen natürlich auf die Aussichten und am Donnerstag wird uns schon das nächste Tiefdruckgebiet erreichen. Das kommt in der Nacht zum Donnerstag schon an, so im Nordwesten mit Regenfällen. Die Breiten sich dann tagsüber am Donnerstag weiter nach Südosten über Deutschland aus. So im äußersten Osten, wir sehen es, hier bleibt es noch am längsten trocken. Hier erst so gegen Abend kommen mir dann auch erste Schauer an. Tagsüber lagern sich dann auch einige kräftige Regengüsse und einzelne Gewitter ein. Die großen Unwetter werden das aber nicht sein. Vor allem wahrscheinlich so in einem Streifen, so quer von Nord nach Süd über der Landesmitte. Allerdings kann es auch anderswo, vor allem so nach Westen hin, mal einzelne Gewitter, also mal einen kräftigen Regenguss mit Blitz und Donner geben. Temperaturmäßig im Grunde nichts Spektakuläres. Ihr seht die Temperaturen hier, so um die 20 Grad natürlich, wo mal ein Schauer runterkommt, da ist es dann auch frischer. Am Freitag, den überspringen wir mal ganz kurz, da gibt es nämlich dann ein Zwischenhoch wieder. Es wird sich insgesamt beruhigen, weniger Schauer geben, kaum noch Schauer am ehesten im Norden. Und es wird dann eben für viele dann am Freitag trocken bleiben. Wir blicken dann nämlich Richtung Wochenende. Und da wird es insgesamt interessanter werden wieder beim Wetter, denn wir sehen dieses große Tiefdruckgebiet, was sich dann auf den Weg nach Deutschland macht. An der Vorderseite dieses Tiefs, da erfolgt dann ein Vorstoß sehr warmer Luft. Vielleicht Richtung Sonntag, wir sehen es gleich, sogar nach Südosten hin, ein Vorstoß von heißen Luftmassen. Aber wir sehen auch schon am Samstag hier auf dieser Karte, dass diese Tiefausläufer, also die Ausläufer des Tiefs, dann schon vor allem so den Norden und den großen Nordwesten erfassen werden. Dann wird sich das am Samstag mal eine erste Prognose, die natürlich noch mit Unsicherheiten behaftet ist, so ganz grob. So darstellen am Samstag, dass ebenso vor allem nach Nordwesten und Norden hin er der Tiefausläufer mit dichteren Wolken, einigen Schauern und Regen unterwegs ist. Und es vor allem dann eben im Osten und im Süden Deutschlands dann insgesamt recht freundlich werden wird. Auch ein paar dichtere, hohe Wolkenfelder wahrscheinlich. Aber hier wird es dann auch schon sommerlich warm werden mit Temperaturen so teilweise um die 27 Grad Richtung Sonntag. Da wird es dann doch ziemlich unsicher. Und deswegen habe ich mal zwei verschiedene Wettermodelle vorbereitet. Wir sehen nach dem Einwettermodell hier, nach dem ECMWF, da wird sogar vor allem im Südosten noch, also so grob gesagt von Sachsen der Lausitz runter bis nach Bayern teilweise noch richtig sehr warme bis heiße Luftwetter bestimmt sein. Hier kann es sogar über 30 Grad geben. Und die Kaltfront des Tiefs, die drückt dann eben im Tagesverlauf weiter nach Südosten. Da würde es eben vor allem so wiederum im Nordwesten und nach Westen hin, aber dann auch weiter im Tagesverlauf Richtung Landesmittel teilweise kräftige Regenfälle geben. Und im Vorfeld dieser Kaltfront, da könnten sich dann spät Nachmittag, Abends Gewitter bilden. Nach dem anderen Wettermodell, da würde diese heiße Luftmasse schon etwas weiter nach Südosten abgedrängt werden. Also nur noch so im äußersten Südosten. Und natürlich ist es auch möglich, dass das Ganze sogar schon raus nach Tschechien, Polen und nach Österreich gedrängt wird. Also wir sehen einfach im Großen und Ganzen, es ist noch Spielraum drin, wie schnell die Kaltfront sozusagen nach Südosten vorankommt. Also vor allem hat der Süden und der Osten dann nochmal Chancen am Wochenende auf stabileres Sommerwetter mit einzelnen Gewittern dann nur. Während aber doch die Chancen, je weiter man nach Nordwesten kommt, Grüße auch an die Nordsee-Urlauber dabei, die schon viel Regen hatten in den vergangenen Tagen. Also da sind die Chancen doch sehr gering, dass es überhaupt hier dann stabileres Wetter gibt. Hier wird es eher unbeständig bleiben. Das Tief ist einfach zu nah. Ja, wir sehen das ganz gut zum Schluss noch auf einem 10-Tage-Trend hier für Dresden mit der Chance auf 30 Grad. Dann am Sonntag allerdings, wir sehen die Spanne ist sehr groß. Es gibt auch Modelle, die eben hier in Dresden schon die Kaltfront haben. Ihr könnt das vergleichen, das wird sich anpassen noch in den nächsten Tagen für euren Ort im 10-Tage-Trend. Den Link stelle ich euch hier oben rein. Ich wünsche euch erstmal noch eine gute Restwoche. Ich bin erstmal ein paar Tage weg, so etwa 10 Tage. Ich komme erst übernächste Woche wieder. Ich wünsche euch dann schon mal ein gutes Wochenende, eine gute nächste Woche. Die Kollegen halten euch natürlich auf dem Laufenden hier auf dem YouTube-Kanal. Bis dann und ciao.